ein paar runden boxfights gespielt es war ultra trieb lustig eigentlich spiele boxfights immer so wenn wir keinen bock auf public haben weil boxfights eigentlich das beste was es im zeit gibt es ist boxfights sondern was war mal so richtig im hype aber ich weiß nicht so muss somit mit freunden allein das macht so kein bock wenn du so muss dann geht es noch aber so dass es kann man halt nicht spielen zu dritt oder zuviert der boxfights ist einfach dreimal zu gut und deswegen schaut euch an das war lust war lustige sachen dabei und einfach paar richtig toxisch eklige sachen und viel spaß jetzt ja warum lecken so ich bin team elf mit anlässt wenn ich mir jetzt das falsch gemerkt habe damit du hast du es doch 10 11 auch nählinger wie nebel wie nebelig ist das sie das ist klar besser sie alles klar besser als ich diese man hätte problem sorry leute kriegte nichts neues eigentlich sollte ich heute neues bekommen aber ich war nie weg gewesen anlettes ich war nie weg ich war in dem holz in zwei wochen muss er dich wenn seine schule machen oder wenn seine lesben mom in drei wochen ich bin die jungen sind denn sie achten wenn er sich für die die jungen noch mal wir haben den guckte zu ich schätze doch nun ich will nicht jetzt muss ich erst mal kommt Wow, das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. ich muss kurz schokolade die trinkmotte blubblub und jetzt ist es doch jetzt ist der geht nur an jan lucas gesagt hat wenn er mich nicht Nein, ich bin los. 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 Guck mal, mein Controller geht aus. Sie sei gleich an. Ja, ich hab dich nicht angerufen. Und ich mich nicht an. Ich würd. Ich würd. Wir müssen passieren, dass das Video auch an. Die bin der Nähsys. Wenn sie sich an. Oh, du ja! Nein! Nein! Er hatte 3 Pickaxe! Er ist f***ing low! Ach Digga, ich kann doch gleich nicht Pickaxen! Dann halt nicht! Du warst nur im Hort, genau! Ben, Jani war... Warte ich! Ah ne, sieh los! Jani ist übel! Jani, 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 Jani Jani, Jani Jo, ich hab geschossen, ich... Wartern! Keine Beleidigungen hier, ich will noch Geld verdienen im Leben Warte ich, mach, mach! Ah, ich hab jetzt erst nur im Leben Ok, mach doch Ich weiß, dass ich besser als zu bin Und das werde ich dir jetzt zeigen, du Bot halt dein Maul Hör auf, Yanni! Yanni, deine... Deine Mama! Ich hatte diese Boxen. Ja, ja. Oh nein. Yanni! Ich stumm Yanni, als ob er sein Herz schreit zu holen. Deine Mama! Stumm Tritton. Er geht auf die Presse. So ein Höhlensohn. Er läuft Ficky. Und dann sagt Easy Clap. Ja, nee, so ein fucking Anti-Made, ne? Ich schwöre bei Gott, Yanni ist ein Anti-Made. Können wir ihn nicht gegen Lerner setzen? Mein Team schadet durch ihn. Leon! Nein! Lächerlich! Lächerlich ist das. Du bist schlecht, Alter. Wir spielen mit 15. Lächerlich. 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 Mein Pickaxe ist so sexy, ne? Yau, GG. Ja wer ist das der krasse Spieler? Nicht! Hier! Easy Clap! Easy Clap! Ach man! Und ich hab dich geflogen. Was ist das denn? Bei mir! An, an! Fiegel! 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 Ich nenne dich Leon! Kann ich bauen! Meine Pampa hat nicht geschossen! Meine Pampa hat mir halt nicht geschossen! Ja ich glaub ich ein Headshot gefressen, warum nicht? Egal, ich teste ihn auch mal aus, das ist der Fall, ich schlägst du nicht. Ja, nein, aber ich werde es auch noch nicht testen. Nein, er ist fucking low, dass du ihn pickaxen kannst, jetzt nicht mehr, du musst ihm noch einen AR-Hit geben. Was? Wie sagt der noch Blue Life? Sorry, dieser Call war so schlecht von mir. So ein schlechter Call, meine Macht ist jetzt so schlecht in diesem Game. Also worauf ich bin? Ja, das war... Ja, ja. Komm, dass du dich auf Band haben. Nein! Er hat einen Mini reingegebekommen. Ja, ja, ich spiel auch mal aus, sonst was ich will, mach mal. Scheiß Kontrollerspieler, Leon. Ja, eben, Devin, Scheiß Kontrollerspieler. Nein! Er hat schon wieder so low! Ich habe gedacht, ich habe ihn ein 110er gedrückt. Ich habe ihn fucking 100er Bompet gedrückt. Wieso sterb ich eigentlich die ganze Zeit? Nein! Es ist nur! Ja, pick mich, Digga! Digga, ich bin so kacke! Spass! Scheiß für das mal Reflex! Sorry! 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 Ich hab dich gehört, ich will das mal machen! Okay, ich hab das mal drauf! Ja, bei mir ist Brunschutz! Und dann ist es schon mal drin! Und dann ist es mit dem woher kommt, der dann drin! Ich wollte ihn eigentlich pickaxen, aber ich habe gesehen, er hat noch blu-laufen und habe sich mal anders überlegt. Ich glaube, ich habe ihn keinen einzigen Hit gedrückt. Das war die schlechteste Hunde, die ich je gespielt habe. Ich dachte, er war low. Nein, pickaxe ihn bitte! Oh ja, easy clap! Komm, wir machen die 10 Minuten voll, Leute. Lass ihn pickaxen. Wo ist er? Ja, da oben. Egal, jetzt, jetzt, jetzt. Ciao, Leute. Oh ja, lasst noch ein bisschen weiter spielen. Oh, das war so ein geiles Gefühl, Mann. Ich kann nicht immer wieder jemand verletzen. Er hat ja gerade gesagt, ich dachte, er hat sich auch hochladen. Ich mache es einfach trotzdem, um Gottes Ehrlich. Dann zeigt er mich an, Mann. Dann zeig ich ihm an, weil er mich mobbt. Baby-Bone. Ich bin echt in die ganze Zeit, Mann. Ich bin ein Flüchtling. Nein! 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 Ich muss den Boden weg. Nein! 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 Nein, nicht, das war ich. Nein! Ja! Ich bin der Beste! Hallo, Leader. Hahahaha Hahahaha Jaaaaa Hahahaha Jinha, Buddha Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ja, ich noch ganz runter paar Fee Ach, echt Alter Ah, hey, hey Moin Wigger Ja, wer noch? Moin, da hätt ich dich! Waaasch Ich meine, Pump hat nicht geschossen, Digga. War scheinlich, Junge. Ah, hi. Thanks for the loop, man. Geh unten raus, Junge. Du hast doch wieder Geld gekriegt, oder? Du hast doch wieder Geld gekriegt, oder? Digga, er macht ernst? Das ist beide gelungen nicht. Jens hat 1 AP. Er hat 100 da. Was? Digga, ich kann nicht mehr kiezen. Clean edit, Bruder. Siehst du? Wir wollen doch rein, wir wollen doch nachmachen. Wir wollen doch rein, wir wollen doch nachmachen. Wir wollen doch nicht kommen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Siehst du nicht! Siehst du nicht! Was ist das so?